hallo herzlich willkommen zu einem neuen part von grand theft auto 5 zu gta 5 ja im letzten part haben wir die mission der nervöse ron gespielt haben da uns ein haben uns dort in halt ein jagdgewehr gekauft haben ein flugzeug geflogen damit eine wichtige fracht abgeliefert das ist so im letzten part passiert trevor phillips industrie das ist ja ich habe einen ich kann ihn nicht er ist mein französer er ist jung genug sein das internet ist eine schöne Frau in der Fall ich habe dein Mann jetzt geh ich ein Bier ich habe ein Was ist das für ein voll Idiot? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Das ist das! Das ist das! Das ist das! Das ist das! Ich bin weg! Nein, nicht weg! Bitte! Ich bitte Sie! Wenn Sie weg sind, seine Vater hat mich verletzt. Warum schade ich mich? Du nicht! Aber wir hören, dass die Trever-Phillips-Kooperation ein sehres Geschäft ist. Wir bezahlen einen guten Preis. Wenn Dinge funktionieren, wir partnern. Wir machen große Geld. Ich bin weg! Na gut, lass mir die Operation zeigen. Begib dich zum Meth Labor! Schöp! Wir kommen einfach nach unten und sehen die Küche! Du kannst hier schnell genug kommen! Die Aztecke kommen, und sie denken, dass du Ortega ausfielst. Sie sind nicht falsch. Wir kommen hier, und gehen sie auch weg! Sicher, dass du Boss nicht gewonnen hast? Oh, Scheiße! Dieses Krank für seine eigene Verwendung? Nein, nein. Herr Cheng Senior ist sehr spezifisch. Er will eine gute, Begib dich. verwendet werden. Wir werden von dir und verwendet werden. die wir verwendet werden. Ich bin, das könnte das was uns auch alles zu tun. Wir sind ein Teil der Slow Meth Movement. Bio-Regional, Leukovores nur. Herr Cheng Senior hat viel Geld. Ich wäre nicht der erste Worte. Das ist ein Mensch, zu einem Geld für seine Verwerten. Was er sagt? Er sagt er, er hat er gebeten, dass wir eine Angelegenheit haben. Untertitelung von ZDF für funk, 2017 Schöne die beiden tiefkühlfrieren. Erledige Ortega's Leute. 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 Ja, ich werde dich aus dem Wettbewerb machen. Das ist extrem nicht professionell. Sie haben die gesamte Komponente hier. Unten im Gebäude sind die... Was? Ich dachte, wir unten ihn... Was? Motherfucker! Ich bin aus dem Gebäude. Die Komp on Fähig ist zu sein. Adul siehst du ihn, G! Geh weg meinem Gebäude! Ich denke, es ist Zeit für die Ärzte zu sterben. Hey, 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 hey! You want a better weapon? Get over here! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Oh, cool! Oh Ah, Boss! Come on, you Azteca scumbag! Working for you is a dangerous business. I think they're coming through the shop. Let's get to the front. Yep, shop. We gotta get down there, come on! They're coming in the door! Get down! They ain't getting out of here alive! Move, motherfucker! Nothing like flies, eh? No! They know they're beaten with the Pushclaw! Get back inside and clean up the lab! We gotta let our potential business partners out of the ice chest. Get back inside the ice chest. Give that to the coolant ship! Time to re-commend the tour, gentlemen! Hahahaha, woohoo! Oh! I think we have seen quite enough! Kaito! That's why we are not able to do it to you! I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey Trevor, are we still going to cook that batch? Fuck yeah! Okay. Bestand in Trevor Phillips Industries. Waffenplätze können mehrere Waffen beinhalten, benutzte Steuerkreuz, bla bla bla. I guess it's Coyote for dinner. Alright. You're gonna meet a viz, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, throw up dry in the motherfucker. Why is your mother dry when you're.. Whaaa! Whaaat the fukk! Was ist das? Nichts. Es war nicht so, wie nichts. Es war nicht so, wie nichts. Ich glaube nicht, dass es nichts war. Ich habe nichts gesagt. Mach es, old man. Old man? Old man, du schweigst du schweigst. Das stimmt. Ich habe gesagt. Schweigst du schweigst du schweigst du schweigst du schweigst. Jesus! Nein, komm her! Was? 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 Randale. Neutralisiere 25 Hinterfeldler. Joah. Nooo! Noooo! We got her we go. Mary's been hit! Die! You want redneck? Oh! Nein! Ich werde dir, Redneck! Du? Me insultierst du in meinem Home-Town? nur noch nur noch zehn das schaffe ich doch mit sicherheit das schaffe ich Oh man, why is this for an old man? 29 randale rednecks war zwar kurz am ende kurz am abnippeln aber immerhin 29 und jetzt sieht das alles aus wie eine alter wie auf einer schlachtbank wie ein massaker passiert ist vor uns sind wir auch alle wie metzger gekleidet passt dass die tot sind viel spaß die leichen alle zu entsorgen und aufzusammeln macht bestimmt spaß nicht geht Ja dann würde ich sagen geht es in den nächsten Part weiter mit GTA 5. Ich hoffe dass dieser Part euch gefallen hat, wenn ja lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke um keine weiteren Videos zu verpassen und bis dann und schau.